so hi grüß euch heute mal echt ein ganz kurzes video das wird kurz ich habe die geilste outdoor nahrung ever für mich gefunden das ist veganes hundefutter habe ich auch von miriam vielen dank geil und ja ihr schmeckt es auch gut aber mir schmeckt es der hund die hund genau voll ab ja die hund kann sowas von ab und und ja das ist der hauptanteil ist herräpfel also kartoffeln dann kommt als nächstes war glaube erbse dann kommt glaube noch spinat sonnenblumenöl ich wüsste jetzt gar nicht aber lauter auf jeden fall nix wo man denkt irgendwie ein richtiger voll groß schmeckt gut macht satt ist voll günstig der 12 kilo pack kein fuffi und deshalb der ewige setzte ja und ist auch gut die survival oder oder so prepper nahrung folge ich kaufe manchmal so hundsamen für pferde oder so wird für tierbedarf ist der viel günstiger oder erdnüsse für vögel viel günstiger genauso gut besser und gesalze dann und also deswegen kurzes video gucken rein es erfüllt und macht auch nicht so süchtig so wie wie netzwein was süßes ist oder dann aus dem durchstieg oder wenn zu salzig ist weißt also optimal für draußen und ich feiere das voll also guck mal und schön klein und wenn ihr mal im wald jemand so hört dann bin ich mache es gut bei zwei minuten rekord für mich ja ja